Jacques Rue war ein französischer Priester und Revolutionär. Rue war Mitglied der Jakobiner und gründete 1792 die Enrages, eine linksradikale Splittergruppe der Jakobiner, deren Ziele über die politische Gleichheit hinausgingen. Durch Verfolgung von Spekulanten und Schiebern, Schließung der Börse und Einführung einer Zwangswirtschaft sowie die Enteignung des Bodens sollte eine wirtschaftliche Gleichstellung der Bevölkerung zur Überwindung der Stadtarmut erreicht werden. Im Mai 1793 nahm Rue am Aufstand der Sars-Külotten teil. Rue geriet mit seinen radikalen Zielen in programmatischem Gegensatz zu Maximilien de Robespierre, der ihn schließlich im Zusammenhang mit der Septemberbewegung am 5. September 1793 als Unruhestifter verhaften ließ. Nachdem er zum Tode verurteilt worden war, beging er am 10. Februar 1794 Selbstmord.